Mein Name ist Jenna Akur. Ich komme aus Berlin und bin Sängerin. Ich unterstütze das Happy Holidays Projekt von der DMSG, weil ich den Song dazu gesungen habe. Ich bin die Stimme von dem Song, was mich sehr, sehr stolz macht, weil wir das alles für einen guten Zweck erschaffen haben. Und deswegen möchte ich das Projekt noch mehr unterstützen, indem wir den Leuten den Song noch mehr nahe bringen und hoffentlich alle gemeinsam Happy Holidays singen können. Meine Highlights an der Zeit von The Voice sind eigentlich generell die Kontakte, die ich da knüpfen durfte, die ganze Erfahrung, die ich da sammeln durfte, Erfahrungen mit den Coaches, Erfahrungen hinter der Bühne, Erfahrungen, was es überhaupt bedeutet, auf einer Bühne zu stehen, wo ganz Deutschland dir live zugucken kann. Ich konnte mich da sehr, sehr gut weiterentwickeln für mein eigenes Ich, für die eigene Person, die ich sein möchte auf der Bühne. Ich habe viel von den Coaches hinter der Bühne lernen können. Also da gibt es ganz viele Menschen, die man ja gar nicht sieht im Fernsehen. Ganz wunderbare Gesangscoaches gehabt, die da für einen zuständig sind und dich dadurch diese ganze Zeit bringen, die auch sehr, sehr anstrengend sein kann, körperlich anstrengend. Aber ich muss so sagen, dass das Grundfazit war, dass ich ganz viel Spaß hatte, ganz viel Erfahrung sammeln durfte und einfach nur dankbar bin, dass es danach auch einen wunderbaren Hype gab, wo ich dann direkt zum Boxen für die deutsche Nationalhymne live im deutschen Fernsehen eingeladen wurde, was für mich eine super große Ehre ist. Oder auch für die Handball Champions League habe ich jetzt schon zweimal in der Langsays Arena gesungen, was Massen an Menschen sind, die mich selbst überwältigen und die mich selbst total nach vorne bringen, wo ich einfach genauer weiß, wo will ich hin. Und zwar ich möchte auf Touren gehen, ich möchte Riesenpubliken besingen und beschallen und dafür bin ich dankbar. Das hat mir The Voice quasi geschenkt. Ich habe meine Nervosität noch nie besiegen können, sie ist immer noch da und ich bin immer noch kurz vor dem Auftritt ein absolutes Nervenbündel. Man versucht sich selbst, glaube ich, über die Jahre immer wieder auf neue Art und Weisen zu therapieren, mit Atemübungen oder irgendwie. Aber letztendlich muss ich sagen, ich liebe diese Nervosität, denn irgendwie macht sie das noch viel wertvoller für mich. Dann würde mir das alles Amar vorbeigehen und ich auf die Bühne gehen würde und alles wäre cool. Vielleicht würde ich dann gar nicht das fühlen, was ich letztlich bei jedem Auftritt fühlen kann. Und zwar dieses Aufgeregtsein, denn man möchte den Menschen etwas darbieten, wo man selber hinterher sagt, das habe ich von Herzen gemacht und das ist wichtig. Und deswegen, ich glaube, besiegen kann man das nicht. Ich kann es nicht. Corona hat, würde ich sagen, 50 Prozent negative Einschnitte in mein Leben gemacht und 50 Prozent positive. Weil ich gehe nicht arbeiten, was super negativ ist, denn ich vermisse meinen Job und meine Berufung, auf der Bühne zu stehen, sehr. Andererseits hatte ich endlich ganz viel Zeit für meine Familie und für meine Freunde und konnte halt zu Hause ganz viel erledigen, was man einfach so jahrelang vor sich hingeschoben hat. Sei es irgendwie zu Hause rumwerkeln und die Wohnung erschaffen wieder neu oder auch bei Freunden oder Familie irgendwie mal mit anpacken bei einem Umzug. Dafür hatte ich jetzt extrem viel Zeit und dafür bin ich irgendwie auch dankbar. Und deswegen konnte ich da so gut wie möglich versuchen, das Beste draus zu machen. Ich möchte mich bedanken bei meiner Mama als allererstes. Meine Mama hat mich direkt, als der sogenannte Lockdown ausgerufen wurde und geraten wurde, man nicht mehr auf die Straßen zu gehen oder nicht einkaufen zu gehen oder einer geht einkaufen für mehrere Haushalte, hat mich meine Mama direkt bei sich aufgenommen mit meinem zu dem Zeitpunkt noch Verlobten. Direkt sind wir bei ihr eingezogen, um irgendwie große Wege einzusparen, wirklich nur für den Haushalt einkaufen zu gehen und einfach nicht alleine zu sein. Meine Mutter ist alleine, wir wollten natürlich, dass sie nicht ganz alleine ist und deswegen danke ich da in allererster Linie meiner Mama, aber auch so meiner ganzen Familie, meinen Freunden. Wir hatten aus der Anfangszeit seit März eigentlich das Beste draus gemacht, haben uns viel gesehen, viel gefeiert mit Abstand und draußen, als es noch warm war. Mich ermutigt in schlechten Zeiten, laute Musik zu hören und einfach positiv zu bleiben. Versuchen, das Beste aus allem zu machen und ja, ich glaube immer wieder auf sein Herz zu hören und nicht so tief zu fallen, sich von allem mitreißen zu lassen, ist glaube ich das, was mich motiviert. Einfach stark zu bleiben, nach vorn zu schauen und zu gucken, dass man weiter Gas gibt, halt mit den Möglichkeiten, die gerade da sind. Kontakte und Projekte, gemeinsame Projekte in Zeiten wie diesen sind aktuell wichtig, weil wir uns, glaube ich, nur gegenseitig helfen können. Jeder, der jetzt aktuell auf sich alleine gestellt ist, ist eher, glaube ich, der Depression sehr nah, weil man sich so alleine fühlt, auch in unserem Business. Wir fühlen uns ja auch alleine gelassen vom Staat, sage ich mal. Das ist so, wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen und deswegen ist es eigentlich umso schöner zu sehen, dass meine Community, die Künstler-Community sich erst recht jetzt so zusammenpackt und versucht Projekte zu starten, die irgendwie jetzt nebenbei größer werden, weil wir die Zeit auch dafür haben und gemeinsam kann man die Zeit auch besser überbrücken. Ich wünsche mir für das Jahr 2021 ein klareres Bild nach vorn für die, die es unbedingt brauchen, denn wir wissen nicht, wo Corona uns hinführt, wir wissen nicht, was die Pandemie so anstellt. Ich wünsche mir, dass die Leute auf jeden Fall mit viel mehr Nächstenliebe ins Jahr 2021 gehen, weil wir gemerkt haben, dass wir es 2020 ganz doll gebraucht haben. Ich möchte Menschen mit MS die Botschaft senden, dass sie versuchen, so stark wie möglich zu bleiben, nach vorne zu blicken und sich da nicht von der Krankheit mit runterreißen zu lassen. Es ist eine Krankheit und sie ist sehr, sehr schlimm, aber man muss versuchen, das Leben, was man hat, einfach so gut wie möglich zu genießen und sich dann halt natürlich auch mit so einer Stiftung, die auch da ist, sich zu unterstützen, sich da alles zu holen, was man sich nur holen kann und weiter nach vorne zu blicken. Das ist ganz schwierig für mich zu definieren, was mir dabei hilft, immer wieder aufzustehen, weil ich glaube, für jeden ist das Leben ein Auf und Ab und jeder muss so seine eigenen Hürden nehmen. Aber so wie man schon sagt, die Hürden kommen aus dem Sportlichen. Du kannst halt, jeder muss seine Disziplin finden, in der er irgendwie was versucht zu reißen und auch mit einer Erkrankung muss man halt zusehen, denke ich mal, das Beste daraus zu machen und den Weg zu finden, wie man trotzdem noch ein Leben führen kann, was einem selber Spaß macht, wo man sich Dinge erfüllen kann, die einem wichtig sind und genauso geht es mir. Für mich in meinem Leben ist meine Familie das Wichtigste, meine Freunde. Zeit mit denen zu haben, Zeit mit denen zu verbringen und immer, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann knüpfe ich da eigentlich an und versuche mich da ganz viel in deren Kreisen zu bewegen und das gibt mir so viel Kraft, dann hoffentlich auch wieder weiter Kraft für andere zu spenden und zu geben. Das ist so meine Medizin.